Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Game Done. Ich bin heute wie oft die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Popslots. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon wieder. Ich denke bestimmt ich kriege eine Verwarnung wegen der Melodie. Easy. Hard. Hard. Speed. Okay. Oh, da ist einer zweimal mit dabei. Einer sogar dreimal. Kann man hier richtiges Geld gewinnen? Nur mal. Nur mal. Habe ich kein Geld? Habe ich kein Geld? Habe ich kein Geld? Habe ich kein Geld? Das bin ich. Genau. Und das ist das Startbild. Ja. Ja. Habe ich das auch? Nein? Hm. Ja. Eine Daily gibt es hier auch nicht. Deswegen werde ich einfach so ein bisschen spielen. Na doch. Das ist die Daily. Glaube ich. Und 60 Stunden die nächste. Daily. Ah ne das ist die Tagesbelohnung. Was ist das da oben? Hm. Okay. Was ist das? Bei dir? Bei dir? Eine Million? Das habe ich. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 1 Euro. 5 Euro. Ot für eine Fuerhaftung. 5 Euro. Ah, jetzt geht das. Ah, Ballon. Zack. Ne Nachricht? Ach ne. Das ist mein Team hier wahrscheinlich. Ich bin bei 5 mal angekommen. Ah ne, bei 1. Uh. Nein, da nicht. Ah, ok. Jetzt verstehe ich warum das so viel Gesicht ist. Das kann ich immer geblinde. Bad B. Use Loops. Jawohl, ich habe XP gekriegt. Ich bin Pauke für das nächste Level. Oh, ich kriege dann 750. Ich bin bis zum nächsten Mal. Du, 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 du. Oh, du, 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 du. Also wenn sie das gewinnt, kriege ich auch XP. Weil sie neben mir steht. Das ist gut. Und bei mal drei? Mal fünf? Ach, weiter geht es nicht, weil ich wahrscheinlich nur die kleinste Summe habe. Wenn ich höher setze, einmal drehen, dann bin ich pleite. Ich drehe einmal. Mein ganzes Geld ist weg und nichts gewonnen. Dann gehe ich mal hier wieder auf das kleinste. Oder ich schaue mir die bei einem anderen Drehautomaten aus. Friends? Habe ich hier Freunde? Achso. Backstage? VIP? Pop? Ne, das ist wohl schon gut. Das sieht ja wie eine Giraffe aus hier. Ne? Passt schon, danke. Warum steht da jetzt plus zwei? Achso, ich muss wahrscheinlich andrücken. Fotos. Fotos. Ach, das sind die ganzen, ähm, Hotels wollte ich gerade sagen. Die ganzen Dingens. Da habe ich schon dringend geschlafen in Luxor. Die ganzen Casinos. Und hier habe ich dringend geschlafen. Ach, nicht da. Zurück. Back. Ich möchte nach Luxor. Nach Las Vegas. Das. Ja, so sah es auch aus. Das ist mal. Da, da war ich gar nicht drin. Da habe ich keine Schwimmensachen mit. Aber egal. Mensch. Na ja, egal. Du, 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 du. Achso, hier kann man, äh, Gutscheine kaufen, wie ich das mitkriege, ja. Australien, für 7500, 20% Discount. Da kriege ich mir so eine Grundfahrt. Also 30 Tage habe ich Zeit, um den Gutschein einzulösen dann. Ist doch cool. Eigentlich. Wie kommen wir dann zum Geld? Ich habe 39. Wo komme ich denn am schnellsten hin? Eigentlich nur so. Oh, was kostet denn hier eine Pizza? Boah. Okay, ist keine Pizza. Das ist jetzt vom Grill etwas. Bargrill, MGA, Grand. Ich glaube ich auch L.A. Äh, L.A. VL. Äh, LV. L.A. 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 Also 40.000 Tage schon fast. Digital. Digital geht doch immer bei mir. Für 500 Happy New Year 2021. Für 500 Happy New Year 2021. Was kostet die? Was kostet die? Ich wünsche, du bist hier. Und jetzt? E-Mail Adresse? Ah. Mein Name, E-Mail Adresse. Und dann bezahlen. Dann bekomme ich wahrscheinlich eine E-Mail. Und muss in der E-Mail alles ausfüllen. Damit ich den Gutschein zugeschickt bekomme. Oder in dem Fall eine Postkarte. Cool. Also hier kann man richtig Sachen gewinnen. Im Box. Das habe ich schon fertig. Im GM. Ah, Excalibur. Da war ich auch. Also daneben ist ja Luxur das Hotel. Und dann möchte ich da durchgehen. Durch Excalibur. Da will ich hin. Mit 1,60. Das dauert aber lange. Bis ich da hinkomme. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Also hier spielen viele Leute. Scheint also ein guter Automat zu sein. Hier spielen genauso viel. Hier nicht ganz so viel. Hier unten ist gar nichts. Ist der Dingens. Und hier. Ja ok. Es hält sich in Grenzen. Spielen wir ja gleich viel eigentlich. Kann man so sagen. Dann spielen wir mal den hier. Ok. Das kleinste Geld. Ich habe nur noch. Ein paar hundert tausend. Yo. Ok. Das englisch. gleich bin ich pleite ich glaube ich bin hier weg ich brauche eine hot maschine ist eine hot maschine da ist eine hot maschinen und der letzte dreh gewinnen 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 nichts gewonnen gut jetzt kann ich nichts mehr machen ich bin pleite kann mich denn dazu setzen wo viele leute sind vielleicht da sind drei leute vielleicht gewinnt da einer was und ich kann dann da was absagen hi nach gewinnt keiner was bitte bitte gewinnt einer ich glaube nicht gut dann amerikaner amerikaner nehmen wir sich in den Polen kanadier amerikaner und hier amerikaner amerikaner die die in die 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 Mein größter Gewinn war 11 Millionen. Ah, das ist schon wieder. Naja, kein Geld mehr. Einmal so viel eingesetzt. Ich habe gerade was gekriegt. 200. Oh, wenn ich Freunde sage, hier könnt ihr spielen, dann kriege ich 5 Millionen. Naja. Ich würde mal sagen, das war's denn für heute. Dann gehe ich mal hier raus. Meine Frau wartet auch schon. Was ist das hier noch? Nichts. Nichts. Okay. Ich werde dann nachher nochmal das Geld einzulösen. Yes! Probieren, ob ich was kriege. Und dann. Ja. Back. Tup, 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 tup. Ja, ich bin ja schon fertig, Baby. Hä? Was mache ich? Ich mache nix. Ja, du bist die, ja. Ja. Okay, okay, okay. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wieder auf den nächsten Mal. Ciao! Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Ciao, ciao!